Guten Morgen am Freitag, den 23. Dezember und jetzt ist 11.01 Uhr. Ein Happy Birthday an der Mom. So wie ich es letztes Jahr quack habe, aber wenn sie es nicht anschauen, ich sage es trotzdem. Ich habe ihr schon gratuliert. Gott sei Dank. Jetzt muss man ganz dringend aufs Klo, deswegen werde ich jetzt ganz wenig labern, aber ja. So, 12.03 Uhr, ich schmeiße mir jetzt was einig. Oder machen wir jetzt wieder Brot dabei? Oder ist sie Nudeln? Nein, ich glaube ich isse Nudeln, weil die müssen sattig werden. Und ja. Und ja. Und ja. So, wie werde ich jetzt essen? Dann schaue ich mir mal nach, wenn der Bus kommt. Und dann schaue ich jetzt einfach ein bisschen gleich, weil die brauchen jetzt 2.20 Uhr. Ja genau. 13.20 Uhr kommt mein Bus. Und werde ich jetzt essen. Dann werde ich anfangen schon mal meine Kunstnägel an meine Finger zu halten und zu kürzen und zu feilen, so wie letztes Jahr. Damit ich dann heute Sparta Lino lagieren brauche, weil ich habe meine Nageltropfen jetzt schon vergessen, also ich weiß nicht, ich vergesse das momentan immer so viel. Aber dadurch, dass wir heute sowieso wieder so zu mir fahren, ist das Chili-Guanilli, da kann ich sie mitnehmen. Weil dann trocknen auch die Kunstnägel schneller als normal, obwohl sie so auch nicht ewig brauchen, wobei dadurch, dass sie eben heute schon vorbereitet, ist es morgen weniger Arbeit und ich brauche sie dann alleine draufkleben. Aber ich muss heute so gesund an die Stadt, weil die Kleberkraft, weil ich habe meine ja schon wieder alle, weil ich benutze das eigentlich so gut wie nie. Also trocknet die Scheiße natürlich raus. Aber ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, that's my Essen. Mahlzeit. 13 Uhr 6 Und Ich schaue hier gerade nur die letzte Folge, die jetzt eh 6 Minuten aus ist, von Santa Claus Serie. Jetzt geht's eigentlich bald los. Ja. Damit ich nachher nur noch lagieren brauche und damit ich das auch gleich schon handmäßig zugeordnet habe. Weil ich hasse es, wenn es nicht so ist. Deswegen, ja. Weil manche unterschiedlich ein bisschen sein und das ist ja bei den richtigen Nägeln, das ist ja teilweise unterschiedlich und dann ist es natürlich so geordnet. Also, ja. Es ist jetzt 18 Uhr auf 4 21 Uhr 32 Und Jetzt habe ich das ordentlich nur für mein Dad eingepacktes Geschenk. Meine Nägeln habe ich jetzt weggeschmissen, weil ich kaum Nagel entfernt habe und so bringt mir das nichts. Ja. Und ich hole mir jetzt ein Eisdääh. 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 Hahahaha. Kami braucht Akku. Ich habe sie ja extra so oft. Die Kami. Ja keine Ahnung, wenn du nur noch 3 ist, dann ist sie schon mal rechts. Nein, dann ist sie schon 5. Es passt schon, dann teilen wir einfach. Die Kami braucht Akku. Also lad ich meine Kami jetzt mal auf. Aber ja. Das ist der letzte Vlog der Weihnachtszeit. Das ist der letzte Vlog. Ja, aber morgen war da nicht mehr ein Wandini-Pappen. Ja. Ja. Ich habe hier meine Nagelkleberkraft. Und zwar ist der zum Aufbinseln, so wie Nagelab. Weil man gedacht hat, das ist mal was anderes. Und mein Christmas-Outfit sage ich euch jetzt nicht. Aus dem Grund, weil es das morgen geht. Aber ich will jetzt zuerst noch Abend essen und danach gehe ich noch duschen. Und ja. Es ist jetzt 22.46 Uhr. Und jetzt Kalender da. Genau. Und ich bin dran. Ja. Hallo, du sollst mich nicht nur die Kalender. Ich weiß. Hey, das ist zu. Tada. Es gibt nicht mehr mehr. Nicht mehr mehr. Nicht mehr mehr. Du musst dann morgen nicht gut suchen. Ich weiß. Ja. 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 Der Papa hat gesagt, er hat das Ding Dreienkrab angeverleiht. Oder war es jetzt nicht mehr ganz genau. Weil anscheinend hat er. Ah. Wie war es das? Country Dreienkrab. Kinder Country. Okay. Nein, du machst gleich weiter. Achso. Oha. Okay. Machen wir es. Da nehmen jetzt zwei Buenos von mir. Ja. Sollst du mal essen? Ups. Ich bin heute mal nett und schenke sie dir. Wieso? Weil ich den Bock mehr aufbohlen habe. Okay. 23. Da da. Schauen wir mal, ob ich es hier schaffe, den Kalender rechtzeitig wegzuschmeißen. Oder ob er wieder bis ins neue Jahr. Nein, nein. Den schmeiß ich schon nachher am Dienstag weg, wenn ich arbeiten gehe. Die Kamera gehört dann aufgeladen. Machen wir auf. Okay. So. Da 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 da. Tvore esse. Du tue lauf. Toki. Oh, du sprüge ich mich. Ja klar. Hmmm. germinär. Ja klar. Mmm. Tvore lauf.